Ja, Leute, da bin ich wieder mit den neuen Infos und zwar machen wir dieses Jahr Niersklinge. Niersklinge 2017, das Woodstock der Blasmusik aus Österreich, so als kleines Vorbild. Am Samstagabend, Riesenparty, Riesenveranstaltungen mit den Männekratern, mit Gebläse, ein DJ wird da sein und das Ganze an dem Samstagabend, ich habe jetzt auch ganz zufällig die Eintrittskarten dabei, 12 Euro. Für die gute Sache, für die Kinderkrebshilfe seid dabei. Am Sonntag, und zwar ist das der 22. und 23. April, also am Sonntag den 23. April in diesem Fall, wird es dann weitergehen mit musikalischen Frühschoppen, Spielmannszüge, Musikvereine, wie auch immer, haben dann die Chance zwei, drei Musikstücke vorzutragen. Nachmittags gegen 15 Uhr wird es dann nochmal interessant, der Schirmherr der Veranstaltung, Wilfried Oeller, ist unser Bundestagsabgeordneter aus Berlin, Gruß nach Berlin, wird nicht nur Schirmherr sein, sondern er ist selbst Musiker und er wird dieses Konzert leiten wollen. Also, ich übe noch ein bisschen was und ich denke, wir sehen uns in Kukum, auf der Festwiese. So, Achtung Jungs, es geht weiter.